Um genau zu sein, müssen wir uns keine Sorgen machen. Laut unserer Forschungsergebnisse wird es mindestens zwei Monate, vier Tage und sieben Stunden bis zur nächsten Emission dauern. Die Stärke wird drei auf der Bergmannsskala betragen. Es entspricht 2.13. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017